Prarambhasana, die Stellung des Anfangs, die Anfangsstellung. Prarambhasana ist eine Stellung, die ich irgendwo gefunden habe, ohne 100% zu wissen, wie das Asana genau aussieht. Prarambha heißt Anfang. Im Grunde genommen könntest du sagen, Prarambhasana ist eine Stellung, die du zu Anfang machen kannst. Du könntest sagen, die Anfangsentspannung ist Prarambhasana. Svenja zeigt erstmal diese Stellung, auf dem Rücken liegend, auch genannt Shavasana. Damit beginnst du und damit endest du. Eine zweite Stellung, die als Prarambhasana genannt werden kann, ist die kreuzbeinige Stellung. Denn zu Beginn der Asanas sitzt du kreuzbeinig und du kannst dich dort sammeln, zum Beispiel mit Om oder mit Gebet. Du könntest auch dich bei Prarambhasana an Gott wenden. Du könntest dort die Hände in Namaskar-Haltung geben oder auch Anjali-Mudra. Oder du kannst dich wenden an Gott, indem du die Hände nach oben gibst und nach oben schaust. Schließlich könntest du auch die Stehhaltung als Prarambhasana bezeichnen, Samastiti genannt oder auch Tadasana. Und dazu steht Svenja jetzt auf, gibt die Versen zusammen und steht gerade. Das sind also verschiedene Ausgangsstellungen. Man kann auch manchmal sagen, Prarambhasana ist die Ausgangsstellung. Also in manchen Traditionen, egal in welche Stellung du bist, bevor du in die Stellung hineingehst, gibt es eine Ausgangsstellung. Von dort aus beginnst du. Und das könnte auch mit Prarambhasana gemeint sein. Ja, soweit dazu und alle Informationen über viele Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de und auf www.yoga-vidya.de findest du viele Seminare und Ausbildungen zu Yoga, Meditation und Ayurveda und auch Seminare, die Svenja leitet.